Der Wal bringt stolze 550 Gramm auf die Waage und besteht aus robustem Spinnacker. Das Material ist durchweg ordentlich verarbeitet, die Paneele sauber miteinander verbunden. Preislich schlägt das Modell mit 2200 Euro zur Buche. Einziges Manko? In dieser Preisklasse sollten keine überschüssigen Garnreste im Modell zu sehen sein. Hier muss Peter Löhn noch nachbessern. Zur schnellen Lüftung und besseren Wartung verfügt der Wal über einen großzügig dimensionierten Reißverschluss. Die Nähte selbst sind gut verarbeitet und dort, wo stärkere Kräfte wirken, durch inwändige Verstärkungsleinen ausgerüstet. Beim Flugbild sticht vor allem die drei Meter breite Schwanzflosse hervor. Sie ist so gestaltet, dass ihre Bewegungen an die eines echten Blauwals erinnern. Ist der Kalt erst in der Luft, überrascht er durch den geringen Zug und das stabile Flugverhalten. Eine Person reicht aus, um das Meeres, Verzeihung, Wolkenungetüm zu bedienen. Durch die authentische Gestaltung ist der Wal ein echter Hingucker. Der Sommer fällt genau die gleiche Spannwelle, die ich auch habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2020